jetzt da gibt es vielleicht ja ja gibt es schon auch schon ja jetzt gibt es schon wieder zwei Gilden ich glaube das ist die echte ja sie hat doch auch gesagt dass sie spielt ja ich weiß schon wieder zwei Gilden gleich aber nicht wegen Fake und so kann der Woods geben ja als ob die jetzt einer faked ich meine so fame ist jetzt auch nicht ja stimmt liebe Grüße an dich weil du jetzt mein Video guckst ich hoffe dass ich noch eine Gilde gründe die unter den Top 15 ist gegründet wird oder die werden dann wenn ich immer so was zu greifen die ganze Zeit an diesem Passagius 290 erloft sich der Name schreiben an Luft ich bitte die Welt es wird total überfordert Personius 2 ich will den Scheiß Namen kopieren können O-Kartner Schatten was hier rein in den Chat ja warte sind die Behinder die schon am ersten Tag beste Rang 1 schreiben ey wie behindert so äh Penis Alter es gibt schon vier Gilden ja ja ich weiß kann sein doll kriege ich jetzt Umweltprämie ah Ziffer spiele ich auch amma nice fünf Gilden lol jetzt geht es aber ab hier mit den Gilden aber ich glaub das sind alles nur solche Gilden die eh keiner haben will aber wir kriegen das so schnell hin ja mit Greifendrachen kaufen mit Pilzen, 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 Pilzen jup die haben halt keine anderen Hobbys mal gucken was auf den anderen Server wird jetzt auch Quest fertig dann auch mal kurz beigucken da ist auch ein Ausdauertrank ja du hast doch auch Greifendrachen ja ich weiß aber ich kaufe dir nicht 30.000 mal bringt das dann mehr oder was ja dann kriegst du ja auch das ganze Gold du siehst ja auch mal übelgeil aus ich? ja wie heißt man doch Hase so du fetter Zwerg ja wie sagt man wie schreibt man dich hab ich auch gerade eben gefehlt noch ein Krieger so Stufe 3 ein Gold und zwei Silber wow und 84 Gold Umweltprämie boah aber ich hab ich glaube ich lösche mich nein aber ich hab den Coupon eingelöst verdammt vielleicht lösche ich mich auch noch mal und tue ein Krieger anfangen mal schauen wieso wie viel Gold hast du ich hab jetzt 3 ja 4 Gold und 60 Silber weil auf der einen Seite hab ich auch Bock auf nen Krieger aber auf der einen Seite hab ich auch Bock auf nen Mark ich glaub ich fang nen Krieger an soll ich nen Krieger anfangen? nein du löscht dich jetzt nicht noch mal warum nicht? aber irgendwie hat mich jetzt im TS angeschrieben guck ich jetzt nicht nach ich bin grad noch auf nen Sit-Arround wieder wenn du es unbedingt nötig hast dann fang doch nen Krieger an aber mach dir keine Hoffnung gegen mich irgendwie bestehen zu können ich hab mir ja erstmal noch nichts gekauft ach Ufra ist im TS ja ja tatsächlich sollen wir denn mal reinziehen? ah hallo hallo wir sind grad in der Aufnahme das war viel zu laut dass der da im Hintergrund abging oh komm schon mach ne kreis mann na da da mein Video geht schon 13 Minuten ach ich kann jetzt ja mal so schreien lol er hat mich auf null ja genau kein Bock ich mach jetzt auch mal wie viel ey wieso lol wieso kann ich hier nicht hä? alter 3000 spieler schon fuck hä wie wie was ist? wie wenig kann man denn in der Mitte schon in die Charakterbeschreibung jetzt reinschreiben das hat sich auch schon mal Joa nächster Angriff überlebt das ist so ganz komisch na dann halt nicht erzähl oh ich hab ne Quest mit 1 Gold hab ich auch schon Hilton hab gleich 5 Gold ich hab jetzt 3 Hilton steht wieder hm hm Hilton 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 was kenn ich noch von ähm S15 ok so wer spielt denn noch alles? oh ein Helm mit Aussaub 2 den behalte ich jetzt aber ah wie hobbylos muss man sein so übertrieben schnell ne Gilde zu gründen wie viel Gold kriege ich jetzt? alter ey wie viel Gold hast du jetzt? 5 Gold 62 weiss eigentlich wie die Magiergilde noch heißt hey immerhin schon ganz gut oder? keine Ahnung ich kann äh kurz fragen wie wird ein dreamscape hier heißen? dream dreamscape 20 gibt es zumindest und der pilzt auch aber ich weiss nicht ob das screen der echte ist keine Ahnung dreamscape 20 äh loo hab ich hier was falsch geschrieben? oder hab ich da musste in der Schritt? achso ja ja das könnte der echte sein aber weiß es nicht alter faked ey dieser Schilling ey das gibt's doch nicht ja es gibt's so halt Sachen die ich mir kauf könnte Ausdauer plus 2 Stärke plus 2 Ketten und alles aber nein bist hier Sackkrieger? ja wollte ich doch auch alter jetzt hab ich hier alle Tränke schon drin ok außer den Lebensbank aber trotzdem hast du den Coupon schon eingelöst? ja ja kleinen 10 Euro jetzt kurz gucken ja wieso sind die alle Tränke? wieso blätterst du denn schon? ich splätter nicht ach wie heißt du nochmal Grana ne? ja ich bin Grana der Zwerg das Grana boah ey ich bin Grana der Zwerg boah 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 was kostet mich jetzt an wieso mussten denn meinen Namen fangen aber naja egal das ist eh langweilig so lange die Dingens äh so lange die äh äh gilder noch nicht da ist wie viel Gold hast du? Kassanius ich hab jetzt 5 Gold 62 4 Gold 53 Pauli wir nehmen ja schon 16 Minuten auf ja ja das Video wird auch in 3 Teile gepaart äh geschnitten nicht gepaartet sondern ja äh wahrscheinlich schon ein paar 2 oder so willkommen und so keine Ahnung 6 Gold ich mach jetzt erstmal äh ne kleine Pause so bis wir die Gilde mal irgendwie offen haben oder irgendwas besonderes passiert ja ich mach auch mit Pause bis gleich bis gleich ja ich sag ey komm dann kann ich ja gar keine Pause machen nicht schön keine Pause bis gleich wenn die Gilde da ist dann ne ich doch bis dann ich äh soll ich jetzt Abschied sagen also dann du bist du die ne dann komm mach ich jetzt dann Pause also bis gleich ja Stufe 135 na gut ey komm ihr seid scheiße warum sind schon gleich hier erstmal eiskalt 7 Gilden ist doch egal TAS erstmal gleich den Mitglieder ey ja normal die sind wahrscheinlich ein bisschen abgesprochen oder so Aber die sind ne doch nicht die sind dumm die schreiben den Ausbau in den in den LOLL die Beschreibung ey ich mach das nicht ich mach das nicht warte mal die heißt Cray Knights die Gilde ne Dccm 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 Hoffentlich holt uns den Namen jetzt vorher keiner weg, dass wir immer richtig... Na, das weiß doch keiner, dass die so heiß, oder? Es gibt nur von Videos darüber. Was soll das denn einer wissen? Es gibt von Videos... Dieben... Gold! Nee, Spaß! Oh, scheiße! Ja, schon weg! Okay! Kriege das Licht, das wird wahrscheinlich nicht die Magiergilde sein, okay. Ach, verdammt! Ach, es gibt bestimmt hier irgendwo sowas. Dann muss ich mal kurz meinen Link kopieren. Also, machst du jetzt die Glaube, weil ich hab jetzt 5 Gold. Ich hab sie... ich hab 6, ja, mach ich. Hm, nee. Boah, hat das hier keiner, was geht? Moment... Alter, wie heftig. Also, wie viel Gold habt ihr? Was? Ich hab 6... Ach, für 85. Oh, hier wird sie nice, Paffa. Okay, nice. 16 Schaden. Wieso, wieso plattest du? Durchschnittsschaden. Äh, nein, ich bekomm das in der... Achso. Hauptsache, der Erste hat schon einen Lebenstrank. Und? Ja, normal. Die Tränke habe ich alle nach und nach. Also, ich hab den Laden, also, hab mir, glaub ich, einen Trank gekauft. Der komische Alrom. Dann kam Glückstrank und... Leute, der eine, der kriegt der Erste, ist schon wieder ganz weg, ey. Kein Glückstrank in der Quest? Ey, ich werd so nie... Ich werd nie angegriffen ohne Spaß, ich werd nicht einmal angegriffen. Sei der Frau. Ich werd die ganze Zeit angegriffen. Oh, Henne noch... Alter, du hältst dich ja echt gut aus dir. Ich werde schon verstehen, was ich nur nach wie ich suche, also, die die Scrats Videos schauen. War das jetzt hier rum nicht? Nein, dein Rang ist... nice. auch komm ich glaube ich will mir gleich noch mal einmal in greifen drachen da habe ich noch mal beschleunigt aber erst wenn ich nächste stufe bin also nicht also die 100 spring echt vor den push willst du ich keine ahnung ist eine von euch ja auch ja ich ja ich auch noch ja ich wird dann so so sofort aber jetzt so eine lösung hier wird sicherlich nicht pilzen so zwei minuten und eine ganze schaffst du die support an was ja wegen umändern auch zwei gold nach zwei minuten dann bin ich die nächste stufe und habe noch ein solch nach dieser scheiße kommen wo war das hier haben ja was tatsächlich uns soll bis 20 getan mal schauen all ron level 4